Hier im Jena-Plattenbau-Viertel Lobeda steht eine der ältesten Tafeln Deutschlands. Rund 200 Menschen kommen hier jeden Tag her, um zu essen, sich Lebensmittel oder Spenden zu holen. Innen treffe ich Barbara van der See. Die ehemalige Lehrerin arbeitet seit eineinhalb Jahren ehrenamtlich in der Tafel mit. Sie organisiert gerade das jährliche Kinder-Weihnachtsfest, das am Nachmittag beginnen soll. Könnt ihr zu zweit immer was nehmen? Kisten voller Weihnachtspakete für bedürftige Kinder, gespendet von Firmen und Bürgern der Stadt Jena. So, das sind die vorbereiteten Geschenke, die gekommen sind von der Volksbank Jena, die gemeinsam mit der Bürgerstiftung Jena eine Wunschbaumaktion jedes Jahr durchführt. So erhält jedes Kind ein ganz persönliches Geschenk. Das ist ein Geschenk für Ahmad von Antonia. Und da haben wir auch unsere fleißigen Helfer, die diese ganzen Päckchen mit eingepackt haben. Doch bis der Weihnachtsmann kommt, ist noch Zeit, Gelegenheit mehr über die Tafel zu erfahren. Jetzt am Nachmittag herrscht in der Lebensmittelkammer Hochbetrieb. Hier werden gerade die Lebensmittel vorsortiert, die die Tafel täglich bei Supermärkten und anderen Geschäften einsammelt. Und was nach viel aussieht, reicht tatsächlich oft nicht, denn es gibt weit mehr Bedürftige, als die Tafel in Jena versorgen kann. Lebensmittel an 1000 Menschen verteilt die Tafel wöchentlich. Im Ausgaberaum auch heute Andrang. Tafelpassinhaber bekommen hier für einen Unkostenbeitrag Obst, Gemüse, Milchprodukte und Brot. Ein Einkauf im Supermarkt für viele hier unerschwinglich. Ich hatte jetzt immer Sozialgeld, das war ein bisschen dünner. Und seitdem ich das hier eben habe, und ich bin ein Sparsamer Mensch, komme ich sehr gut über die Runden. Ich gehe manchmal auch nach den Supermarkt, einkaufe, aber hier jede Woche komme ich, ja hier billiger, besser. Die Kunden hier Geflüchtete, Rentner, Arbeitslose und Geringverdiener. Obwohl auch Thüringens Arbeitsmarkt und Wirtschaft wachsen, die Zahl der Bedürftigen habe sich seit 2007 mehr als verdoppelt, erfahre ich. Haben Sie selber manchmal noch überrascht, wie groß die Nachfrage ist? Also im Vergleich von zehn Jahren, wie es damals war und wie es jetzt ist, ist es ja wach. Und es sind ja nicht alle nur Hartz-IV-Empfänger, sondern man geht ja arbeiten. Man kriegt ja nicht so das Geld auf viele Familien mit Kindern, wenn die zu zweit arbeiten gehen und Geringverdiener sind. Arm trotz Arbeit, wenige reden offen darüber, aus Scham über ihre Bedürftigkeit. Wie geht es Ihnen denn damit, also wenn Sie hierher gehen, um Lebensmittel einkaufen zu müssen? Wie soll ich denn das nur sagen? Wir brauchen besser, weil man nicht so viel Geld auf Händen braucht. Weil man auch mal wirklich mal in den Urlaub fahren möchte oder mal woanders hinfahren möchte und ein Auto brauchen, um auf Arbeit zu kommen. Nebenan Endspurt zur Kinderweihnachtsfeier. Die sollen Sie bei den Galaxy-Gutscheinen gleich mit ausgeben. Barbara van der See legt mit den Ehrenamtlichen letzte Hand an die Geschenkspenden für über 160 Kinder. Denn gleich kommt der Weihnachtsmann in die Jenaer Tafel. Ganz besonders ist das Engagement in der Jenaer Tafel für die Kleinsten. Die Ehrenamtlichen hier organisieren jedes Jahr eine Ferienbetreuung, ein Zuckertütenfest und ein Weihnachtsfest mit Weihnachtsmann. Für viele der Kinder der Höhepunkt des Jahres. Dann ist es soweit, der Weihnachtsmann ist da und die Bescherung beginnt. Die Reaktionen der Kleinsten sprechen für sich. Und der Weihnachtsmann, hat der seinen Job gut gemacht? Ja, klar. Hat der Weihnachtsmann die richtige Idee gehabt bei dir? Ja. Ich bin verrückt nach Lego, weil mein Papa habe ich eine Schuhkiste voll. Ein Auto mit Fernbediener. Und ein Wunschgeschenk? Wunschgeschenk. Die Kinderweihnachtsfeier, offensichtlich ein Erfolg. Auch im nächsten Jahr soll der Weihnachtsmann wieder in die Tafel in Jena kommen.